Ich schiebe mich total für letzte Runde an. Kaputzer AFK? Leute, darf ich mich? Tut mir leid. Hol doch die Golden Deagle. Tut mir leid. Ich hab ihn. Herzlich willkommen, Leute, zu einer riesigen Runde. Trouble in Terrorist Town mit Anne Nefi, McFly, Manus, Grants, EarlyGuru, Sachse, GoodGamingCrap, SheGoodNightShade und Kaputzer. Hallo. 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 Nein, das wird nix. Warum wird die Runde gewonnen? Ja, weil wir in Wellenhaven feststecken. Äh. Was seid ihr denn? Aha. In Heaven. Ja gut, ihr uns haben gewonnen. Geil. Wieso? Die können sich in einer Konsole töten. Wie das? Oder halt noch mal ein Neugrupp. Kill in die Konsole, Schreife. Kill. Was? Was? Das geht nicht. Das heißt, der wurde weggesnipert von oben. Wie geht das mit der Command? Kill in die Konsole. K-I-L-L. Nicht mal Slash. Nur Kill. Holiday Dream. Dafür braucht man sich ne Konsole. Oh Gott. Hallo Krenz. Hallo. Early. Ja. Oh, verdammt. Oh. 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 Oh shit. Ich hab's noch gehört. Hinter mir. Du hast ihn noch geplasmat. Nein. Ich hab das nicht getan. Natürlich. Er hat meinen Namen nur gerufen, weil er mich vorher gesehen hat. Oder du wirst sterben. Ich versteck mich halt. Dann ist Dalu auch Trader. Granz, abnimmt. Sehen wir, wenn du tot bist. Ich versteck mich. Granz hat ihm einen Atlasler gekillt. Ich glaube, es ist auch Granz. Ja, ich versteck mich hier hinten, Craps. Ja. Es war auch wohin. Ich fand's mich erholen. Natürlich war's Granz. Granz freit zum Abschluss. Genau da ist er hintergegangen, Dalu. Oh, Detective Anne hat wieder zugeschlagen. Oh nein. Ganz hinten ums Haus rum. Oh nein. Wir rennen ums Haus rum. Vielleicht hat er ja auch das Anne-Device. Der ist hier noch nicht durchgekommen. Wüsste er? Oder ist hier ein Raum? Ich bin jetzt einmal komplett umgegangen. Anne, hier oben mit mir ist Craps, wenn ich gleich umgenedet werde. Das ist Anne Light heißt doch bestimmt in der Ecke, oder? Ach, da bist du. Ganz hinten in der Ecke. Ja, hier ist... Craps hat Dalu gekillt! Ich hab... Nein, Early steht neben mir dabei. Ich hab das gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Was war das? Craps, was sollt ihr das? Es ist... Es ist Granz, Mann! Nein! Okay, Early, wenn du jetzt Craps nicht tötest, bist du's auch. Er verpiss dich. Alter, Early. Schieß auf ihn! Ernsthaft, Early. Ernsthaft. Ich schieß nicht zurück. Ich schieß nicht zurück, weil ich kein... Early ist auch tot! Okay. Early ist nicht tot. Doch. Early, sag was. Ja, Craps, ich hab's genau beobachtet, wie du Early gekillt hast. Du willst so einen Spaten. Ah, okay, das war... Granz ist es immer noch definitiv. Lass doch nicht fragen. Nein. Ja, genau. Richtig. Er ist gerade mit dem Jetpack aufs Dach geflogen. Nein! Das weiß ich nicht. Unterschied. Craps, bitte dich bewegen! Ah, Craps ist mir zu heiß. Hilfe! Ich will nicht sterben. Anne und Craps sind's. Nefi, Anne und Craps sind's. Taube! Taube! Fuckin Taube! Hab ihn! Ja, ich hab mich bewegt. Schwer, ne? Game is hard. So, Nefi, schonmal down. Irgendwie nur noch du. Nein. Denk dran, wir haben vier Traitor. Haha. Bunny Bunny! Rensy Pensy! Hast du meinen Traitor-Kollegen schon getötet? Ah, du brauchst Verstärker, ich verstehe. Vorsicht, Tore, ich wurde da gerade draußen angeschossen. Ja. Gorot geschossen auf Anne, ich hab's gesehen. Oh, danke. Sag doch, Gorot hat auf Anne geschossen. Warum? Bei Gramps höre ich keine Schüsse, wenn der schießt. Egal, womit der schießt. Wer hat mir das Anne erschossen? Was ist das denn? Gorot hat Anne erschossen. Aber weil irgendjemand auf mich geschossen hat und dann dachte ich, du wärst Gramps. Das war so eine schöne Runde. Erst hab ich den Manius weggesnipert, dann den Sachsen, dann... Ich hätte nicht gedacht, dass du einen Jetpack hast, Gramps. Ich weiß, das war meine Rettung. Oh Mann, oh. Da hab ich einmal eine gute Detektiv-Runde. Wir waren alle tot. Es war so geil, wie du hinter mir so herrennst. So, ich stehe da oben, sehe es die ganze Zeit. Ich hätte dich auch gekillt. Vor allem beim Manius hast du das What the Fuck noch gehört, als ich ihn abgeschossen hatte. Er musste nicht was abgehen. Au. Bei Gramps höre ich die Waffe nicht, wenn der schießt. Silent Gramps. Ich hatte den Ninja-Skill mir geholt. Sachse, was zählt an mir? Ich bin Detektiv. Ich kann... So... So... Er war da noch, hab ich noch gesehen. Der ist ja gerade noch lang geflohen. Der ist so... Ich schiebe mich total für letzte Runde an. Kaputze AFK? Warum? Ich hab's doch angekündigt, dass du auf Arne schießt. Leute, darf ich bitte einen Traitor rennen? Tut mir leid. Hol doch die Golden Deagle. Tut mir leid, ich hab ihn. Also, einen größeren Goro bei kann man nicht tanzen, das war so eine 10-Minuten-Show gewesen. Hey, hey, hier, Manus wurde angeschossen. Sachse, vom Sachsen, mit der Pistole. Was war so eine 10-Minuten-Show? Ich stand da hinter und er geht nach vorne. Hast du's gesehen? Ja, ja. Aber mit der Pistel kann er nicht ernst meinen. Was denn? Der Sachse hat auf Manus geschossen. Aber mit der Pistel, das kann er nicht ernst meinen. Aber er hat Schaden gemacht. Manus ist fast tot, vor allem. Okay. Dann legt er so ein Tenschen hin. Ich hab keine Waffe. Ich hab auch keine... Das ist eine E-Mail. Confirmed, Inno, oder? Also, ich würde mich als Confirmed bezeichnen. Menus, komm, Selfie. Ich will ich auch. Okay. Menus, Selfie. Wer fliegt da oben? Kaputze ist Traitor. Siehst du das dicke Arrow-Zeichen bei mir? Kaputze ist Traitor? Kein Selfie mit Kaputze, weil ich hab ihn so auch schonmal gekillt. Richtig. Okay. Ich hab auch schon early erschossen. Fallen Sniper! Hey, hinter uns, hinter uns. Der schießt da. Vom Dach. Aus dem Fenster, aus dem Fenster hier oben. Oh. Huch. Oh. Oh. Wer tötet hier wieder, random? Oh, scheiße. Ich hab den Namen nicht gesehen. In dem Haus. Er ist immer noch in dem Haus drin, Leute. Und da ist auch nur einer drin. Ich bin da grad rein, falls du das gleiche meinst, ne? Ja, da hinten ist einer. Wer? Kapuzenwurm steht hier hinten. Ach komm. Du, du siehst irgendeinen und sagst Kapuzenwurm ist hier. Ja, es ging doch drum, wer in dem Haus ist. Ich war nicht im Haus. Ich war nicht im Haus. Der Traitor hat Nefe erschossen. Scheiße, der Sachse ist hier drinne. Und fast tot. Ja, dann ist es der Sachse. Ich bin rausgeflogen. Und ich hab nur was gehört. Aber die Silent Sniper schießt weiterhin. Oh, shit. Wo ist die? Ist noch im Haus. Hat mich angeschossen. Au, 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 au. Und mein Gary's Mod ist weg. Ja, meins auch eben. Hä? 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 Ich verteidige. Aua. Nein, ich glaub, Daniel ist tot. Wieso sind wir denn time out? Könnt ihr auch mal was machen, Traitor, Kollege? Jetzt muss ich auch noch die letzte Anne töten oder was? Ja, um auf sich da. Die sind alle ins Haus reingegangen. Warum sind so viele rausgeflogen? Zwei, Goron Craps. Es hat auch keiner Namen gesagt. Nein, der Rendsmein Disguised. Den konnte ich nicht sehen. Aber Rendi hat mich fast komplett erschossen. Ja, auf 30 oder so hat er dich runtergeschossen. Early, ey, was ein Tänzchen. Wart, ich war grad am Rund. Wart, wenn man sich hängt auf. Und dabei gehst du nach vorne, nach hinten. Was zur Seite. Und dann auch noch geducht und guckt in den Himmel, ey. Nein, wer hat die geklaut? Manus! Er hat gedacht, er gefällt mir die mal auf den Kopf an. Du hast die gute Waffe geklaut. Also, einen größeren Go-Go-Ball. Ich töte dich. So schlimm bin ja nicht mal ich. So nen Tänzchen hab ich lange nicht gesehen. Nein, nein, nein. Aber ich war so schön. Early ins Haus rennen. Gerade über die Szene. Oh, nee! Lass dich doch jetzt runter, Early! Oh, Early! Oh, okay, komm. Maxi! 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 Hilfe, Early! Ich werd verfolgt, ich hab gestorben. Geh weg mit der Waffe, Mann! Ey, wer wird da oben? Wird ja mal angeschossen. Da oben ist jemand gestorben, Manus. Nee, ist äh, ist gestunt. Anne, was machst du? Anne redet nicht. Oh, Nephi! Nephi! Nein, guck! Nein, Goren! Wo kommt jeder noch einmal hier? Ich hab ja auch gesagt, wo kommt jeder noch mal her? Könnte Goro sein. Vorsicht bitte nicht hier. Ist Vorsicht geboten. Warte, Nephi, das ist es doch, ne? Ah, hier unten Nephi! Nein! Wo ist er denn? Manus! Manus, du hast grad Early runtergeschubst. Nein, Crap ist es nicht. Verdammte Kacke, ey. Ah, verdammt. Ich seh nichts! Manus, wie schubst du Early runter? Warum hat er dich runtergeschubst Early? Ah! Ach, was mach ich denn hier? Ich höre eine Silent Sniper. Habe ich eine Silent? Ja. Habe ich auch gehört. Ich weiß nicht von wo. Er ist weg neben mir gestorben. Hier, hier quatschen so viele, ähm... Ja, jetzt ist es so gut. Ah! Oh Gott! Ego, lebst du noch? Ich lebe noch! Ich lebe noch, aber hier ist jemand hinter mir her! Er ist doch! 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 Ego ist doch! Warte! Verdammte Kacke! Ich glaub, es war Goro bei. Der war's auf jeden Fall nicht. Warum nicht? Ne. Es ist Goro bei. Okay, Goro bei. Ja, es ist Goro bei mit der AWP. Du hast deine Schüsse übrigens verbraucht. Ich weiß, ich muss auch noch kurz was gucken. Guck du noch mal was. Okay, ja, ich brauch ne andere Waffe. Oh! Ah! Diese Leiter! Das haben wir jetzt ganz gewissen sehen. Nein, 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 nein! Hab ich da grad ne Taube gehört? Ne, das war ein Dead Ringer glaub ich. Wo ist denn der, äh, wo ist denn eigentlich der Detective? Das war ich, aber wo ist der Sachse jetzt? Ja! Wie holt man nochmal ein Detective? Rinder irgendwelche geworden. Okay. Ach, da unten ist er. Moment, ich hole dich eben. Kann den einer umbringen jetzt? Hast du ihn? Ja, ja. Ja, fuck, ich sehe ihn so schlecht. Warte. Schieß einfach mal auf. Auf. Moment. Warte. Moment. Jetzt mach ich doch mal fertig. Ja, wo ist er denn? Ja, keine Ahnung. Hast du kein Radar gekauft? Ja, doch. Warte. Ist gleich soweit. Ach, der ist da in der Ecke bestimmt. Ja, Sekunde. Der ist gleich soweit. Oder? Hast du ihn? Ja, fuck, ey. Ich komm mal jeden in die Gasse einfach. Ja, aber welche Gasse? Ich mach das eben so. Ach nee, warte, das bist du. Gehen wir einmal außen rum. Er ist da hinten in der Ecke. Das kann er nicht sein. Er ist auf Dach, er ist auf Dach. Vorsicht, Auge! Doch, Mann. Das gibt's ja nicht. Schade Sachse. Wow. Warum hast du mir gesagt, das kann nur grenzt sein, nachdem du schon tot warst? Oh nein. Weil ich die Schüsse nicht gehört habe. Ich dachte, das wäre vorbei. Die Taube brauchst du auf mich nicht zu schmeißen. Die machen mir Kirche an. Die prallen einfach so an. Die Taubebahn, die Taube des Friedens. Nimm rein. Das war so Chaos, als ich da ausgerastet bin. Ich so, okay, jetzt gehst du rein. Und alle schießen sich ab. Ich hätte sicher gekillt. Ja, aber Krabs hatte ich da. Ja, das tut mir echt leid. Ich bin nicht zufrieden mit dir. Intervention! Intervention. Ich dachte so, wo ist Dalu? Auf einmal wird Dalu angeschossen. Ich so, ja geil. Dies ist eine Intervention. Deals. On a sort of. Oha. Oha. Oh, und jetzt sind wir auch noch Trailer da. Was? Nein! Sind wir nicht? Bitte! Nein! Das darfst du nicht sagen, Grants, ey. Alle schon ihre Waffen weggeschmissen und auf die Knie gegangen. Gar nicht wahr. Alle schon gesegnet sind. Hallo, hallo, hallo. Oh, Kasse. Ach so, letzte ist es. Äh.. Sag'se, ist es gut, wenn die Shigo es sagt! Kaput sie ist! Ich bin Detective! Shigo ist es! Ich bin Detektiv, such halt wieder eins. Manus, warum bist du fast tot? Hier liegt ein Son-O-Pf! Außer du fällest kleine Tiere. Ja, fliegt da rein, fliegt da und jetzt schlipp du gleich weg. Guck mal, was Ernie macht, aber er grad am Tanzen ist oder so. Dann töt' ich gleich. Alle tanzen den Goro-Ball. Jeder ist mit dabei. Das muss ich dir unbedingt schicken. Wo warst du denn grad? Jaja, kannst du drüber laufen. Du musst auch... Wie, ist er grad gestorben? Den Arzt gehen dafür. Kapuze, werf mir ihn zu. Werf mir ihn zu. Ich guck nur. Lass mich dein Hilfscheriff sein. Lass mich dein Hilfscheriff sein. Das wäre wunderbar. Dein Hilfscheriff. Ich bin das davon nun klar. Ich hab nix gefunden. Nefi freist im Abschluss. Was? Schiko hat mich unterstützt. Die Anne ist clean. Echt? Nimmt Anne keine Augen mehr? Seit wann? Ernie? Oh, Ernie. Oh, Ernie. Ich seh da noch so ein bisschen weißen Schnee unter ihrer Nase. Ein Hilfscheriff. Ernie ist es so. So wie du. Da ist einer vom Dach gefallen. Ernie ist beim Einkaufen vom Dach gefallen. Da ist der schönen Anne hin. Drunter gelaufen beim Tanzen. Beim Tanzen. Oh, der kommt da. Der kommt da. Save the last dance ey. Ich hab alles tun. Ich hab nen DNA Scanner. Ich kann sagen, dass dies war. Ich töte den Sachsen. Ich töte den Sachsen. Ja. Ja. So einfach mach ich das hier. Dachse tanzt hier. Hier ist einer tot. Good Gaming wurde tot gesnipert. Springt sie auch bei dir so? Ja, sie hüpft. Sie freut sich. Dann tanzt sie Anne. Oh, komm Anne tanzt für uns. Oh, da, 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 da. Oh, yeah. Ihr Detektiv. Good Gaming wurde tot gesnipert. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Digo, lebst du noch? Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Scheiße. Ich hab mich erschrocken. Wer snipert hier? Stupid's. Kapuze, wo bist du hin? Wo ist ein Detektiv? Ich call dich, du musst dich wiederbeleben, Mann. Ich hab keine Credits. Ich hab grad angekauft. Ja, das ist Edo. Aus, auf See. Nein. Also, Daniel macht der oft auf See in letzter Zeit. Ja, natürlich. Ich hab gestanden. Ja, ja, ich hab keine Credits. Schieß mit der Golden Deagle auf mich. Ich hab keine Credits. Ich hab mir den Radar gekauft. Ich hab keine Credits. Lass ihn irgendwo verstecken, damit... Ich werd' euch kaputt zu meinem echten Leben als Detektiv-Frau. Damit er nicht so hier kriegt. Die DNA sagen, sie sind der Mörder. Ja, sag ich doch! Bist du's, Manus? Wir brauchen Credits. Manus, gibst du's. Dich erschießen und Grants wieder mitheben. Da hinten läuft Goro! 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 Goro ist es doch, ey! Warte, da ist einer am Dach, da ist einer am Dach. Hier oben. Goro, schau mal, hier am Dach ist Goro. An welchem Dach denn jetzt? Dann, schau mal, wo ich bin. Ich bin hinten am Kraftwerk. Wo bist du denn? Du bist ein Affe. Da oben auf dem Dach. Ach, da oben. Ah, wie schießt er auf mich? Oh, ich hab... Ja. Auf mich Sniperdwehr. McManus ist es, glaub ich. Ja, der schießt auf mich. McManus ist es. Main is confirmed. Okay, Main is knallen ab. Was? Wen soll ich abknallen? Hier. Wir, dich. Nefi, ich hab... Nefi, ich hab 30 AP nur noch. Soll ich abknallen? Boah. Ich hab Manus abgeschossen. Ja, und ich wollte auch drauf schießen. Er war's. Ja, du wolltest ihn beschießen. Hallo, er hat mich angeschossen. Crabs? Oh, du wurdest mit einem AWP angeschossen. Crabs, was? Wo ist er? Wo ist er? Ab's. Crabs ist tot. Gut, gut, gut. Und den Friendshipbeam hab ich. Du musst den Song spielen. Ja, warte, warte, hier. Kapuze, bist du hier? Ja. Wir brauchst die Punkte. Ich bin mein Main is. Ich hoffe, dass Crabs noch Punkte hatte. Ich muss den Song spielen. Ja, hier. Ja, was... Was soll ich denn machen? Hat er Punkte? Oh, da holt er die AWP raus. Ne, ne, ne. Ne, ne. Hat nicht. Okay. Taube, glaub ich. Oh Gott. Winterama. Winterama, Winterama! Der Sachse schießt noch. Wo ist er denn? Tod. Jawoll. Ich hab vergessen, dass ich das Heißbeam nicht benutzen darf. Das war so krank, ey. Man, so eine Scheiße, ihr habt alle unterbietet. Die gleiche Weltrunde und ich seh nur, wie Dalu sie konfirmiert. Und ich denk mir nur, Scheiße, dann bin ich vom Dach gesprungen. Bist du Panik? Ja, 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 Panik! Ja, 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 Panik! Aber du von Dach gesprungen! Dann hab ich eng schon in die Bühne mit einer Stabilität hinter mir. Ich hab doch gelebt. Ne, aber sorry, Grants, ey. Ja, war ja nicht mehr das Ding. Auf einmal konnte ich mich nicht mehr umdrehen. Also nach hinten laufen. Hätt ich ja schon längst geschossen, wenn ich sie... Ja, wollt's dir da ein bisschen rumspielen. Menis, weißt du warum ich wusste, dass du's bist? Sag mal! Weil mir's Nefi gesagt hat. Nefi! Nefi! Warum Nefi? Eno! 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 Ich hab auch noch gesagt... Ey, ey, ey! Und du hast nicht reagiert, du hast einen gar nicht prepared. Ey, ey, ey! Manu! Ja, Mannu! 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 Goro ist es... Goro ist es frei zum Abschluss, Detektiv verfehlen, Leute! Crams hat Goro erschossen! Goro ist es frei zum Abschluss, Detektiv verfehlen, Leute! Irgendwann finden wir einen. Was? Early hat gesagt, der hat Madhus... Dann schopste ich ihn vom Dach! Early ist auf mich drauf gesprungen. Erli wollte Krabs koopern. Nein! Hoop! Oh nein, Evi! Der Detective sagt frei zum Abschuss, Leute. So, wie viele Detektives haben wir? Zwei Stück. Könnt ihr die beiden wiederbeleben? Wer ist frei zum Abschuss? Bei diesen Inno. Wer ist frei zum Abschuss? Erli, glaube ich. Der Detective, der Inno wiederbelebt, ist frei zum Abschuss. Disco, Disco! Wau, te, wau, te, wau. Der war aber nicht meine. Was war das? Grants ist nicht mal Detektiv. Ich auch. Grants ist kein Detektiv. Was ist denn hier passiert? Also, es ist Grants. Krabs ist frei zum Abschuss. Suchen wir Grants. Detektiv-Befehl, Leute. Kapuze, schieß auf Krabs. Warum bin ich frei zum Abschuss? Ja, er hat auch gesagt, er hat Manus erschossen. Grants? Er hat auch Manus erschossen. Alles gesagt, ja. Sollen wir alles töten? Okay. Ich könnte die Stimmen nicht zusammen. Ich dachte, Grants... Alles klar, ich schieß jetzt auf jeden. Ich schieß jetzt auf jeden, weil ich frei zum Abschuss gesetzt wurde. Dalu ist frei zum Abschuss, Leute. Detektiv-Befehl. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich bin frei zum Abschuss, ich schieß auf jeden. Wer hat das gesagt? Anne. Anne ist frei zum Abschuss. Anne ist Detektiv. Ich bin Detektiv. Jetzt töte Grants, wenn ihr ihn seht. Nein, das ist kein Detektiv. Das ist ein Anzeigefehler, Leute. Nein, das ist kein Detektiv. Wenn ihr Grants seht, tötet ihn also. Es wurde ein Fehler gemacht. Nein. Es wurde ein Fehler gemacht. Ja, vom Detektiv. Es wurde ein Fehler begangen. Dalu. Dalu. Dalu ist es, ey. Ich bin es nicht. Das heilige mich nur. Du weißt doch gar nicht, ob ich auf dich geschossen hätte. Warum schießt du denn auf uns? Ein Bein gebrochen? Aber warum kann ich nicht mehr laufen? Da hinten ist der Fake Detektiv. Ich seh sie. Echt? Irgendeiner hat ein Bein gebrochen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab nicht geschossen. Oh. Du bist ja angeschossen. Hier. Da. Oh. Max war's. Max. Max hat geschossen. Bin ich immer noch frei zum Abschuss, Anne? Wer hat auf dich geschossen, Anne? Ja, ich hab Nephi erschossen jetzt. Und Early. Bin ich frei zum Abschuss? Okay, dann schieß ich gut. Gaming jetzt ab. Der den Grapplinghook. Jetzt hab ich einen Traitor gekillt nach meinem fünften Opfer. Bin ich immer noch frei zum Abschuss? Ich knall die alle ab. Hey, warum machst du Angry? Was ist schlimmer als... Angry Birds. Da rennt Dalu Card, Leute. Wo? Ich schieß hinter ihm. Bin ich auch? Ey. Ich bin ein Spanner. Ich guck hier oben rein. Es leben nur noch die Traitor, einer. Ich leb auch noch. Dem ich ja alle umbringen musste. Ist Kapuz? Ey Kapuz, ey, du hast doch nichts. Sort of. Ich seh's da. Shigo schießt auf mich Dalu ohne Witz. Ich hab McFly grad erschossen. Ich weiß nicht, was er ist. Und jetzt schieß ich auf Shigo. Shigo ist auch tot. So, lebt noch einer? Grants? Da ist Kapuze, den kann ich auch noch haben, ey. So, Löhmel. Trau dich einmal. Ja, mach ich. Ich komm jetzt da runter, ey. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich komm einfach geradeaus zu gerannt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Auch INNOs haben gewonnen, nachdem ich alle erschossen habe. Ich hab ja jetzt aber auch keine Sounds mehr bei den Schissens, das war komisch. Dann Eux nicht zu beschweren, du hast genug vorher auf INNOs geschossen. Nein, ich habe alle Leute angeschossen, die INNOs abgeschossen haben. Ich habe keine INNOs abgeschossen. Ich habe aber nicht. Am Anfang, Krabs hat einen erschossen, den habe ich angeschossen. Erli habe ich vom Dach geschubst, der hat Mike Manos getötet. War die letzte Runde, Leute. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.